An der Welt ganz herzlich bedanken bei der EMA, dass sie das Hauptstadtbegriff hat. Mal das Feuer in Kraft haben für das System. Ich brenne jetzt so viel Weiterbildung für die Umsetzung von Ideen und ich denke, dass manche das so empfacht haben, dass sie auf Dauer Friseurinnen bleiben wollen. Als wir das Projekt umgesetzt haben, werden, denke ich, einige mehr Friseure bleiben, weil sie einfach die Liebe dort entdeckt haben können. Die Schule wohnt sich bei Wiederteherr und wir finden es super, wenn wir uns auch bedanken können, bei denen, die mitgemacht haben. Ihr bekommt seinen 10 Euro Gutschein von uns von H&M. War es leicht? Ja, nein. Hast du ihn gefragt, ob er mitmacht oder so? Oder hast du gesagt, du bist mein Opfer, Alter, ein Loch ins Kamera? Oder wie hast du das gemeint? Nein. Ich habe ihn schon gefragt. Er war jemand, der als Modell mitgekommen ist, weil du ja auch Projektarbeit hattest. Ja, genau. Das ist sehr sparsam. Er hat sich gedacht, wenn ich eh schon in der Schule bin, wenn ich eh schon lernen will, hockt er sich auch noch her und sieht die Wohnung. Also kann ich wirklich sagen, Schulung lohnt sich, oder? bis zum nächsten Mal。 Vielen Dank.